Ja Leute und Damen und Herren, herzlich willkommen zum heutigen Part von Parkway 6. Ja, zum letzten Mal haben wir so einen Kleinkrieg angezettelt, dass hier eine Nachrichtensprecherin, die so viel Müll erzählt, gestorben ist. Also Talia ist ausgerastet und jetzt müssen wir sie erstmal irgendwie ruhig kriegen. Was für Flugverbotszone, man sieht doch, ich fliege. Und das wunderbar. Hallo. Dein Dealer? Ja, bin dabei. Da unten, okay. Da komme ich easy schnell hin. Dann suchen wir mal Paolo. Ich hatte die Taste gedrückt. Man sieht sogar, dass das Teil offen ist. Naja, es zählt dafür, dass ich dort bin. Da ist eine Kamera und sehr viele Soldaten. Liebe Soldaten. Äh, was das weg sollte, äh, wäre die Kamera. Aber ich muss erstmal generell deren Alarmsystem lahmlegen. Ich wollte gerade fragen, ob die alle drin sind, aber nein, mehr als die Hälfte ist draußen. Ja, die Kamera muss als erstes weg. Danach, der da. Den kann ich halt auch nicht gebrauchen. Den kann ich nicht gebrauchen, dass er lebt. Warum kommt ihr jetzt vorbei? Wo bist du, Paolo? Greif deine Kameraden an! Nee, lass mal stecken. Tschüss! Ah, das Gute, der greift gerade seinen Kollegen an. So, der ist weg. Können wir uns ja jetzt um das eigentliche Problem kümmern. So, der ist weg. Da ist eine Kamera, die muss weg. Tschüss! Nein! Aus! Ich bin gut, ne? Das ist der Heli, den ich noch nicht habe? Nee, ist nicht der CT. Wieso atmet ihr noch? Soll ich euch was Schönes zeigen? Da klebt was Schönes in deinem Gesicht! Ich scha- 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 Du luch, das ist in deinem Gesicht exportiert. Wieso habe ich das Ding nicht kaputt gemacht? Sieht nicht gut aus, Paolo. Wo bist du? Paolo, 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 Paolo. Hallo? Es ist normal, dass ihr mich nicht sehen könnt. Ich bin ein verdammter Stealth-Spieler. Ich spiele sogar mit einem Bogen gerade. Und tschüss. Mein Schlüssel? Ist das nicht Bämbe? Ich sollte eventuell erst die Gegner ausschalten, bevor ich mit ihm rede. So, der ist weg. Und da sitzt keiner drin. So, noch einer weg. Lass meinen Hund in Ruhe. So, da kam mit einer. Äh. Ich hab das falsche Arsenal gerade dafür. Also. Das. Gegen das. Und jetzt zeig ich dir, wie man Spaß hat. Wieso ist da auch noch so ein Flieger? Flieg weit genug, bitte. Komm. Schade. Boah, jetzt triff. Komm mal. So ein schlechter Witz. Braucht Deckung. So, der ist weg. Falsche Muni. Okay. Die Spreng-Munition ist echt gut. Muss ich mal sagen. So, nur noch einer fehlt. Das ist der Lümmel da. Das waren jetzt hoffentlich alle. Ach, komm, das kleine Fies-Ding. Das muss weg. Ihr geht mir gerade gehörig auf den Zeiger. Wisst ihr das? Das ist der Lümmel. Come on, ey. Warte mal. Wenn den guten. Jetzt weg mit dir. Verdammte Axt noch eins. Erstmal hier in den halben Krieg führen. Dann komm, dann will ich mir wenigstens die FND-Küste dafür gönnen. Wenn ich schon so extrem leiden musste. Wo komm ich hier hoch? Gar nicht offenbar. Okay, dann reden wir jetzt einfach mit dem Penner da. Aber doch, es gibt eine Methode, da hochzukommen. Wenn ich hier starte, schießen die mich ab. Ah, schieß drauf. Man hat immer ein paar Sekunden, bevor die schießen. Achtung, Pilot. Sie fliegen durch gesperrten Luft auf. Lassen Sie unverzüglich. Scheiße. Ich wollte ja nur hier hoch. Wie habt ihr mich gesehen? Warum ist hier überhaupt noch einer von euch? Weg mit euch. Ich bin nicht gestorben. Das ist eine Verbesserung. Ich brauch dringend Munition. Die ich mir gleich hier draußen beschaffen kann. So, jetzt kann ich endlich mit dem Penner reden. Wir wissen beide, dass du zu Paolo willst. Wo ist er? Er sollte jetzt eigentlich in einem Erste-Klasse-Flug nach Miami sitzen. Aber du hast ihn verkauft. Nein, 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 nein. Das war eine Überraschung. Ich wurde von Soldaten erwartet, Rojas. Also habe ich mich auf einen Deal eingelassen. Und dann hast du ihn verkauft. Für meine Freiheit und eine Provision. Du Penner. Ich bin nicht herzlos. Ich sage dir, wo sie ihn hingebracht haben. Er ist jetzt in einem Resort in Varian. Wenn sie ihm was angetan haben, bist du dran. Versprechen versprechen. Wenn ich du wäre, würde ich mich beeilen, Rojas. Paolo ist nicht gerade in guten Händen. Das glaube ich dir sogar. Du scheiß Kerl. Radies vertreiben. Mann, weg damit. So. Erstmal Munition auffüllen. Dann kann ich nämlich auch wieder mit meinen richtigen Waffen kämpfen. Da hinten. Ihr seid doch geisteskrank. Beim Ding, ich zähle schon wieder, als ob ich in einem Krieg wäre. Ey, ich mache das Ding hier jetzt kaputt. Und weg ist das Scheißding. Puh. Wieder eins weniger. Sag mal noch nie Nein zu. Ich glaube doch nicht im Ernst, dass ich diesen ganzen weiten Weg jetzt renne. Das glaubt ihr doch wirklich nicht. Ich bring mich gerade extra um. Weil dann zähle ich wenigstens nicht mehr so, als wäre ich in einem Kampf. Das Spiel ist, was das angeht, extremst verbuggt. Jetzt werde ich doch mal kurz stehen. Er wurde gefangen genommen und in ein scheiß Resort gebracht. Ein Resort? Was bedeutet das? Geht es ihm gut? Ist es ein schönes Resort? Nein. Ich melde mich, wenn ich ihn habe, okay? Jetzt darf ich. Danke. Ey, Doktor hat Paolo zweimal Resort gebracht. Einmal zu welchen? Ich hoffe, ich renne direkt zum Richtigen. Wieso? Das kann ein Schanzillatas. Da ist ein Trupp. Ich könnte jetzt einen ganz guten Schuss versuchen. Wo sie hoffentlich in einer Reihe stehen, wollte ich sagen. So. Der ist weg. Da ist sogar eine iranische Waffenkiste. Sag ich doch auch nicht, nein. Eine Waffe mehr. Der Johnny kann euch auch mit retten. Hallo, hallo! Hörst du mich? Ich habe einfach der Teil hinten in die Luft gejagt. Drei mit einem Schuss. Ich komme da dran, keine Sorge. Okay, das Tor ist fester, als man denkt. Aber dafür gibt es auch Methoden. Verdammt. Ja, ist gut, dass Paolo ist nicht hier. Aber die Kiste gönne ich mir trotzdem. Für ein leichtes NG. Den Schlagschrauber. Ist hier sonst noch irgendwas, von dem ich wissen sollte? Nö. Nichts Wichtiges. Okay, dann auf zum nächsten. Nope. Easy. Paolo, Paolo, bist du hier, Paolo? Nee, hier ist er wahrscheinlich auch nicht. Nee, Paolo ist hier. Paolo, ich komme! Was hast du getan? Ich liebe diese neuen Handys. Die sind so dünn. Schmerz ist toll des Fortschritts. Das habe ich... Du arschst! Zum Beispiel Vivirum. Das wäre nie vorangekommen, hätte ich die Paria-Lager nicht geschafft. Weißt du, Waisen wie du sind die besten Versuchsobjekte. Wie auch die Armen. Und alle anderen am Rande der Gesellschaft. Das sind 0,5 Milliliter PG-240. Das, was ihr Gift nennt. Und es wird in deine Blutbahn gepumpt. Vom Doktor verschrieben. Alles, was ich tun muss, ist anrufen. Wie wäre es, wenn wir erst mal dieses Handy aus mir rausholen? Holt er das Ding jetzt erstmal aus sich raus? Und es wird in die Blutbahn gepumpt. Da ist ein Auto. Du musst schnell zu Matthias. Und da oben hin. Halt die Klappe. Sollte das PG-240 die Blut im Schrank überwunden haben. Das ist ein Penner. Deine Neuronen werden zufällige Impulse anwählen und sie ausfallen. Dein Unterbewusstsein übernimmt die Kontrolle. Ach, ich lasse einfach mal das Auto fahren. Ich habe noch eine Bitte. Sorge dafür, dass deine Leiche für die Autopsie enttäuscht. Das könnte ein bisschen schwierig werden. Ja, was soll ich machen, wenn er auf meinem Panzer steht? Ich habe es nicht. Bestimmt nicht. Nein. Ich will dieses Land nicht nach. Nö. Ich muss schnell weiter. Stimmt doch gar nicht. Stimmt doch gar nicht. Ich schaff's entweder nicht oder ich schaff's gerade so. Ach, Glitter saß gerade eben neben mir. Ach, der ruhig. Ach, das ging alles so schnell. Ich hätte mit den Stärken zahlen. Das ist alles, was du zu sagen hast, Dani. Du hast meine Leiche einfach auf dem Tach liegen lassen. Wir hätten uns ja auch ungebracht. Muss laufen. Bitte. Ihr habt Vorstellungen. Irgendwie schaffen die es schon, mich zu retten. Willkommen zurück. Wie geht es, Talia? Ihr habt beide Glück, den besten Arzt, den Yara zu haben. Wo ist Paolo? Draußen. Er meinte, er muss einen Krieg planen. Scheiße. Vielleicht ist es der, den ich am ehesten tot haben will, ne? Aber was für ein Teufelskerl. Einfach mit einem Messer das selber rauszuholen. Das hätte auch locker schief gehen können. Bicho ist durchgedreht. Er schrie irgendwas von Bembe und dass er schuld an dem sei, was dir, mir und Talia passiert ist. Letzte Nacht zog er los, als wir schliefen. Ich glaube, der Idiot ist hinter Bembe her. Bicho wird sterben, oder? Dieser Lage zählt jeder einzelne Guerrero. Ihr könntet sowas von knicken, dass ich diesen Weg laufe. Bin da! Wo bist du? Wo bist du? Hm. Okay. Also kauf Bembe Waffen vom Militär. Die Übergabe fand offenbar beim Rodeo statt. Und das ist jetzt wo? Also Bembe werden wir jetzt safe ausschalten. Und ich denke mal, dass Bicho sterben wird. Also wo soll ich jetzt hin? Hier ist auch noch irgendwas? Sagt mir das Spiel. Da ist noch eine Nachricht. Und ein bisschen wie Vido greifst du auch noch ab. Was, Bembe? Das Lager sollte ich mir auch mal ansehen. Wenn ich Bembe finde, finde ich Bicho. Bitte sei noch am Leben, ich so sehe. Jetzt muss ich da hin. Ja, das kann ich mit dem Kot eben machen. Ich glaube, Bicho hat was Blödes gemacht. Was hat er diesmal angestellt? Wer will sich Bembe holen? Dieser verdammte Idiot. Keine Sorge. Ich film mir ihn bevor. Wie ist das denn jetzt passiert? Bitte beeil dich. Bicho hat keine Chance gegen einen wie Bembe. Hier sind nur Tiere. Das ist schon mal gut. Da muss ich mich nicht hier beirrt umprügeln. Wo könnten meine heißen Affirmationen sein? Richtig. Ich kam zu spät für den hier. Bicho hat die Stiere auf alle losgelassen. Was für eine Art zu sterben. Ach, stimmt ja. Die sind ja gegen mich. So, jetzt kann ich einmal das C4 direkt vor mir zenten. So, alle umgebracht. Ich gönne mir natürlich die FND, ne? Ja, wohl klar. Wenn ich schon hier bin. Das ist eine FND, die ich weniger sammeln muss. Hm. Das hilft nicht. Paolo. Der kleine Irre hat eines von Bembe's Schwarzmarktgeschäften sabotiert. Er hat die Stiere bei seinem Rodeo losgelassen. Reddinger. Er spielt mit seinem Leben. Ich sorge dafür, dass ihm nichts passiert. So, und jetzt einmal von hier aus den Absprung. Ich weiß sogar, wo ich lande. Und zwar hier oben drauf. Ach du Kacke, sind hier viele. Okay, den entscheide ich als erstes aus, wenn der Solo ist. Das selbe gilt für den da. Die kann ich ohne Bedenken abschießen. Die hier sind ne andere Geschichte. In den Arm. Danke, dass du die Hülse angehoben hast. Du stehst super. Dich konnte ich dadurch nicht verfehlen. So, der ist weg. Ja, kommt ruhig näher. Ja. So, und dich kann ich einfach so niederrattern. Easy. Na? Du bist frei. Frei wie ein Vogel. Es war Henrike. Er hat das Vivirro gestohlen. Ich glaube, er ist noch da drin. Okay. Ich weiß zwar nicht, worum es geht. Mit Henrike. Aber ich hole ihn mir. Hallo? Ja, hau ruhig ab. Ich weiß, wo ich Bambi finde. Dann wird Beecher auch dort sein. Genau. Ich melde mich. So, wo muss ich hin? Ach, da kann ich doch einfach hier ne Schnellreise hin machen. Muss immer noch einen Bekloppten retten. Wie mach ich das? Raketenrein? Kann doch nur funktionieren. Davon hab ich gehört. Anscheinend versteht sich, wenn ihr ein Sklavenhütter auf eine Pflanze betrifft. Bicho! Bicho! Hm? Ach so. Da ist dein Wagen. Oh, hier sind auch zwei Sachen für mich zum Mitnehmen. Warte. Ich hole mir das zuerst. Ich lass Bicho, solange mal ein bisschen ausrasten. Das hat nicht ganz funktioniert. Ich will doch nur hier oben das Teil haben. Wo ist meine Kiste? Wo ist meine Kiste, Spiel? Erzähl mir keinen. Die Karte sagt doch ganz eindeutig, hier ist ne Kiste. Ach, hier drunter. Bin aber auch blind. Wenn man schon in der Nähe ist, muss man ja auch mitnehmen, ne? So, das war hoffentlich alles. Sagt er. Und dann steht da noch Medizin. So, Bicho. Jetzt wird es aber Zeit, deinen kleinen Amoklauch zu beenden. Aber du bist doch diesen Bämbe definitiv nicht gewachsen. Bicho, was soll das? Verschwinde hier, Dani! Ich puste diesem Kabron die Birne weg! Tust du nicht? Tue ich nicht? Du meinst, ich tue es nicht, hä? Bicho, hör mir zu. Du dachtest, du bringst dir alles in Ordnung. Aber es läuft nicht so recht nach Plan, oder? Was weißt du denn schon, hä? Ich weiß, du bist kein Mörder. Sieh nur, wie du zitterst. Du bist ne ängstliche kleine Ratte. Ungeziefer. Ein Parasit. Ja. Du nimmst nur und gibst nichts zurück. Bicho? Hör nicht auf ihn. Genau. Bicho. Eine blutsaugende Wanze. Wow, 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 wow. Hey. Du bist keine Wanze. Und nicht Bicho. Wie heißt er wirklich? Du willst was in Ordnung bringen? Dein Träger? Du musst jetzt echt mal die Fresse halten. Mein Name ist Pass. Ja, ja? Okay. Du bist Pass? Mein Name ist Pass? Du bist nicht Bicho. Du bist kein Wanze. Du bist Pass. Und du musst bei uns bleiben, okay? Hm? Bitte nicht sterben. Kann ich ihn noch schießen? Kann ich ihn noch schießen? Hey, Paolo. Dani, geht das Bicho gut? Si. Ich hab ihm ne große Dumme ausgeredet. Er steht etwas neben sich, aber es geht ihm gut. Ach, Alter. Dem Himmel sei Dank. Und Bambi? Lebt noch. Die alte Schlange. Scheiße. Hat er gehofft, du sagst was anderes? Es wird immer ein Bambi geben, Paolo. Aber es gibt nicht viele Bichos da draußen. Wenn Bicho zurückkommt, dann sag ihm mal, wie du über ihn denkst, ja? Das kann einen Moment echt gut gebrauchen. Das werde ich. Versprochen. Danke, Dani. Ach, ich hab doch gern geholfen. Dani, wie geht's meinem Patienten? Ah, ich lebe noch. Gracias. Und ich hab ne neue, coole Narbe zum Angeben. Du scherz, Dani. Aber es sind die Narben in deinem Kopf, die mir Sorgen machen. Hör mal, es läuft gerade gar nicht gut. Talia hat eine Infektion und uns gehen die Medikamente aus. Castillo hat sicher welche übrig. Das sehe ich auch so. Geh zu den drei Kontrollpunkten entlang der Straße westlich meiner Klinik. Aber beeil dich. Talias Leben steht auf dem Spiel. Äh, okay. Das kann ich easy erledigen. Ich weiß nicht, wo das Schild ist, ne? Da. Ey, das hat man aber auch so schlecht gesehen, ne? So, ein Kontrollpunkt zum Hintenporten. Warum hast du jetzt Probleme? Warum musst du mich mit deinem Problem anstecken? Wie geht's dir? So, hier einmal gucken, ne? Den hast du ja in die Biotika, ja. Hey, Matthias. Ich hab die Medizin. Muy bien, Dani. Bring sie zu mir nach Barial. Aber beeil dich um Talias Willen. Bin gleich da. Hey. Que voilà. Talia, ich bring deine Medizin. Niemand hat mir verraten, dass das eine Party ist. Sie ist so ruhig. Sie, großes Wiedersehen. Wir müssen El Doctorum legen. Du bleibst schön hier. Und wir müssen los. Wir lassen sie nicht zurück. Nein. Maximas Matanzas sind Libertad. Die Bilder aus Castillos Zoo zeigen den Preis seines Paradieses. Das Konzert brachte uns tausende Anhänger. Radio Libertad inspiriert noch mehr. Aber du bist eine Ablenkung. Maria ist tot. Vivirro ist das neue Ziel. El Doctor ist der Schlüssel, um Castillo das Geld abzudrehen. Und er ist in der Hauptstadt. Da ist er nicht. Meine Leute beobachten ihn. Ich kenne ihn zu gut. El Doctor ist süchtig nach seiner Arbeit. Der geht nirgendwo hin. Matthias hat den Fuß. Sergio Estevez. El Doctor ist rechte Hand. Er hat hunderte bei seinen Versuchen ermordet. So kriegen wir El Doctor. Wolltest du nicht nach Amerika fliehen? Hast deine Coronas ja doch noch gefunden. Ich wusste, dass du ein Soldat bist. Paolo. Bestimmt. Ich bin nicht dein Reffer. Aber du warst gerade aus der Tür und schont für Talia Hinrichtung durch. Revolution ist Chaos. Aber ein Anführer schafft seine eigene Ordnung. Na los. Ja, das stimmt schon. Deine Entscheidung. Pedro Torero. Das war mal ein guter Musiker. Kenn ich nicht. Mama und Papa weg sind. Brauchen wir das Herr hier. Ich finde ihn. Und dann besuchen wir El Doctor. Darauf freue ich mich schon. Dann haben wir das Kapitel wenigstens auch endlich mal abgeschlossen. So, wo? Da. So. Eine Gefahrenquelle ist mal weg. So, diese Gefahrenquellen sind auch weg. Weg mit dir. Das Ding machen wir direkt kaputt. Ach, das ist nur ein Hund. So, ein Alarm weniger ist immer gut. Der Wichser ist nicht hier. Wo ist der Kerl hin? Ich sollte mich nach Sput. Umsehen. Spezialeinheiten. Einfach nur, damit in mir angezeigt wird. Die Infos finde ich doch safe oben. Hier ist auch meine FND. Mit wem hast du geredet, Sergio? Sergio. Hier ist Edgar Reis. Die Geräte ist hinter dir. Komm zu mir. Wir können dir den Schutz bieten, den du brauchst. Castillo kann sich nicht erlauben, dich zu verlieren. Und ich auch nicht. Wir müssen auch so viele Tests machen. Ihr Drecking. So. Irgendwie bin ich rein. Hier kommen. Ach, du Scheiße. Er haut ab. Matthias. Jemand hat einen Doktor gewarnt, dass wir kommen. Sergio ist auf der Flucht. Paolo und ich sind unterwegs. Lass den Wichser nicht entkommen. Wir sind Gottverdannter Mörder. Okay, der hört schon mal super. Tja, du hast doch schnell lang geguckt. Das war gerade wichtiger. Die letzten kann ich ruhig so umnieten. Tja, das Ding ist kaputt. So, ein Moment. Ich will mir nur die Stelle hier abmerken. Ah, okay, da. Ich muss so oder so von dem Grundstück runter. Also kann ich es mir auch holen. Ich lass es mal stehen. Dann habe ich nämlich so einen Punkt, an den ich mich orientieren kann. Ich muss zu Marina. Sergio will vielleicht mit seinem Buch fliegen. Der muss sterben. Er darf nicht entkommen. Dafür hat er zu viele Schandtaten verübt. Dafür kriegt er eine Kugel in seinen Hintern. Oder in jeder anderen Körperöffnung. Wo noch keine Kugel drin war. Oh, Bullenheiljagdgebiete. Oh, doof, dass er den Bullen halt gar nicht gebrauchen kann. Schon auf dem Weg. Wartet. Dafür habe ich die perfekte Waffe. Ich muss ihn nur einmal kurz den Weg abschneiden. Und danach sein Auto kurz lahmlegen. Du entkommst mir nicht, du Penner. Bau mit einem Quad. Ich habe eine Rampe. Du nicht. Niemals. Niemals. Ah, ich habe nicht getroffen. Doof. Bin oder immer die Pillen reinwerfen, Leute. Das war ich nicht. Gehirnerschütterung, zweiten Grades. Schürfwunden, ausgerenkte Schulter. Matthias. Lass mich raten. Du hilfst mir, um zu beweisen, dass du der Bessere bist. Halt die Klappe. Halt die Klappe. Das ging schnell. Unser Wagen ist noch heile geblieben. Ah, ich habe den aber leider schon. Ist ja einfach eine Miene im Boden bar. Jawoll. Zeit, ihn zu töten. Nee, das wäre zu gut für ihn. Der hat doch keine Beerdigung verdient für das, was er tut. Ist so irgendwie Schucke. Ich habe den dritten gesehen. Leicht veraimt. So, ich hoffe, das war der letzte. Äh, da ist einer. Das ist ein Scharfschütze. Den haben wir direkt weg. Ich habe die Schulter getroffen, aus irgendwelchen Gründen. Obwohl ich auf den Kopf gezielt habe. Warum duckst du dich genau in dem Moment? Ja genau, bleib stehen. Tschüss. Der hat Schutz. Wenn man das einmal kurz, easy. So, weg ist er. Ist da auch noch ein Schweinepriester? Müsste, ne? Der ist doch bestimmt da oben. Den hole ich mir. Den gefährlichsten Penner erstmal erledigt. So, jetzt kann ich mir eben schnell die Kiste gönnen. Bevor ich ihn umbringe. Ach, ist eh mit da drin. Komplett verriegelt. Super. Und wer hat den Schlüssel? Einer von dem Penner wahrscheinlich. So, von wo komme ich aus gut nach oben? Du stehst so gut. Kann ich doch nicht Nein sagen. So, ich muss jetzt überlegen. Wo komme ich gut nach oben? Hier ist nicht zufällig irgendwo ein Heli, ne? Da ist eine Leiter. Ich muss auf das Gebäude safe erst mal. Das hat keinen Sinn, die umzubringen. Die spawnen die ganze Zeit neu. Ich muss von dem Gebäude irgendwie aufs Dach kommen. Ich habe doch eine Tür gehört. Ich habe doch eine Tür gehört. Oh, guck mal, wunderschöne Anzug ist schon für mich bereit. Was ist das hier? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Okay. Ich kann doch keinen Studenten töten. nur dafür, dass er es lernt. Öffne dich doch. Durch die Scheiben kann ich mich einfach durchprügeln. Benzin. Hm. Alles in Ordnung? Ihr verliebt es nicht zu leben. Bitte, nicht schießen. Ach, verdammt. Geht's dir gut? Soll ich ihn erlösen? Also, den Doktor, den schieß ich sowas von in den Kopf. Ich komme, du Dreckskerl. Komm doch her, wenn du dich traust. Warum werde ich immer zur Seite gehen, sobald ich die Dinge anfasse? Scheinbar nicht. Hört mich jemand? Dann Nirojas. Ich bin beeindruckt. Ein echter Überlebenskünstler. Aber verraten wir bitte, warum begreift niemand das nicht, dass die Vernichtung von Vivilo gleichzeitig die Vernichtung Jarras wäre? Du krankes Nestschwein. Ich habe gesehen, was Vivilo anrichtet. Und ich werde das hier ein bisschen zu sehr genießen. Mit dir ist nicht zu reden, was? Wusstest du auch schon, was eine hohe Dosis PG-240 mit deinem Körper anrichtet? Ich habe noch. Ich habe mein Bier. Ich habe alles, um dagegen zu halten. Ich komme dich holen. Können wir wenigstens eine Lampe kriegen? Bin ich gerade in den selben Raum wieder reingeklettert? Ja, bin ich. Da lang, würde ich mal sagen. Ey, der kriegt sowas von meiner Kugel in seinen Arsch. Komm her! Ja, das ist das Beste. Vielleicht ist es real! Ich hoffe, ich habe jetzt endlich den richtigen getroffen. Das Schwein nehme ich als Trophäe mit. Das Spielzeug nehme ich mit. Tschüss. Das ist meine Trophäe. Die nehme ich mit. Das ist meine Trophäe. Meins. So. Ja, wenn jeder seine Leiche beruht, achten kann. Alter, das ist er nicht, oder? Ich habe ihn nicht getötet. Weil das ist nicht der Doktor. Ich glaube doch wunderbar, hier. Noch besser. Warte mal, funktioniert das auch bei Flugzeugen? Ich auch gar nicht. Ja, dann kann man Flugzeuge insta-finishen. Du darfst dich ruhig ein bisschen beeinflussen. Nein, Juan. Ich räume sie dir aus dem Weg. Das ist bei Guerriero. Dann tanz' besta. Es wird nicht halt kommen. Er ist weg. Sayonara. Hallo, ich helfe dem hier noch. Den guten Paolo. Was ist ein Scheiß? Wir brennen. Ich glaube, dass ich wegen der Hallos den Falschen getötet habe. Noch nie was von Pedro Torero gehört? Diese Generation ist verloren. Hört ihr nie auf zu reden? Nein. Talia! Leo! Ich dachte, du wärst tot. No, fuck no. Hey, Doktor! Tot. Und Castillo ist der Nächste. Du klingst. Anders? Du hörst mich zum nächsten Mal. Er hat Eier gekriegt. Du marschierst mit mir nach Esperanza? Ich kenn sie nicht. Ich kenne sie nicht. Ich jag Castillo eine verdammte Kugel in den Kopf. Aber denk nicht, dass ich dich vom Haken lasse. Es ist leicht, von Familie und Gleichberechtigung zu reden, wenn man kein Land regiert. Wenn deine Revolution vorbei ist, hat meine noch nicht mal angefangen. Also halten wir das mal fest. Bicho! Sie, Kapitän! Königin Clara! Ich meine Hefe! Nenn mich Pass! Pass! Radio Libertad möchte was von unserem neuesten Kommandante hören. Sie wirst durch! Wirst du allen sagen, dass Libertad meine Idee war? Scheiße, das werde ich mir ewig anhören. Ich hasse diese verdammte Musik. Das ist nicht mehr Dresor. Zwei Dresor vom Spiel abgeschossen. Ja, genau, Dani. Das ist auch nicht mein Fall, die Musik. Ja, hier bin ich. Um ehrlich zu sein. Zwei von dreien überredet. Jetzt fehlt nur noch einer. Wahre Yarana. Diese Terroristas, die uns heimsuchen, haben keine Vision für Yara. Sie wollen nichts als Chaos. Sie... Sie... Diego. Sie, Papa. Sie wollen nichts als Chaos. Das passt nicht. Das hast du schon mal gesagt. Was machst du da? Schon geöffnet? Sie, Senior Presidente. Wen hast du da noch mal? Es klingelt jede Stunde, Senior Presidente. Hola, ¿fas ist da? Ich erkenne diese Stimme. Gefällt dir mein Geschenk? Du hast ihn ermordet. Was für eine Überraschung. Und durch die gefundenen Infos konnten wir zehn Ladungen von deinem kostbaren Viviru kapern. Ich hätte da eine Frage, Senior oder Garcia. Wenn ich tot bin und Yara brennt, was genau ist dann der Plan? Händchen halten? Und Lieder am Feuer singen? Pinga! Wer hat dir das verraten, Fassista? Du nennst mich Senior Presidente! Ich kann jetzt zum Volk sprechen. Papa? Halb nah. Läuft, Senior Presidente. Mit großer Trauer gebe ich bekannt. Ein Held des Paradieses ist tot. Doktor Edgar Reyes. Er war nicht nur der Kopf hinter Viviru, sondern auch ein persönlicher Freund. Ein verdient in Hölle. Ich habe es geschafft. Ich habe den Doktor vernichtet. Und ein weiteres Kapitel dieses Spiels endlich abgeschlossen. Und die machen immer noch nix. So, Leute. Jetzt fehlt nur noch einer in dieser Geschichte. Und ihr wisst, wer. Nämlich die Legende höchstpersönlich. Da unten muss ich hin. Bei das Lager würde ich gerne auch noch freischalten. Eigentlich. Aber das machen wir nicht mehr heute. So. Ich beende jetzt hier das Spiel. Und damit auch den heutigen Stream. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wenn ja, Abo und ein Like da lassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.